das akquirieren neuer kunden wird immer schwieriger wenn sie schon ein paar jahre im vertrieb sind 10 15 20 jahre werden sie mir sicher zustimmen dass ich sage vor ein paar jahren war es viel einfacher an neue kunden ranzukommen heute ist das viel schwieriger die kunden schotten sich ab die normalen akquise kanäle funktionieren nicht mehr richtig das liegt daran dass wir eine große reizüberflutung haben sie brauchen neue wege oder die wege die sie jetzt nutzen müssen optimiert werden es gibt eine methode mit der sie sicherlich die nächsten 10 20 jahre sehr sehr erfolgreich neue kunden akquirieren werden das aktive empfehlungsmarketing und zwar sehr systematisch wie kommen sie ganz systematisch über ihre bestehenden kundenkontakte an neue kunden das sind sechs schritte plus vor und nachbereitung das alles erfahren sie in dem live vortrag im live mitschnitt vom sales masters forum in dortmund hier auf dieser dvd und sie züchten so neue kunden schauen sich das an